Musik Die Stadtwerke für Rheine sorgen dafür, dass sie auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten sicher mit Strom, Gas und Wasser versorgt werden und das frei Haus. Musik Unserem offiziellen Corona-Beauftragten ist die Gesundheit unserer Mitarbeiter sehr wichtig. Erst wenn alle Tests in Ordnung sind, darf die Arbeit aufgenommen werden. Hallo aus dem Homeoffice. Wir bleiben zu Hause. Ich bin unterwegs, damit ihr Breitbandnetz weiterhin stabil läuft. Ich bin der Dustin Twilling, leite die Gas- und Wasserversorgung. Und damit ihr alle zu Hause bleiben könnt und euch täglich die Hände waschen könnt, und es abends auch warm auf dem Sofa ist, haben wir die Vorsorge getroffen, dass wir von hier aus das Wasserwerk und die Gasversorgung überwachen können. Von hier aus können wir dann in verschiedene Situationen Einblicke erhalten. Musik Ich möchte euch gerne einmal zeigen, was so die stillen Helfer machen in der Corona-Krise. Musik Ja, da jetzt zu Mittag die Wasservorbräuche in Rheine wieder steigen, werden wir gleich eine Rheinwasserpumpe noch zuschalten, damit also die Menge auch erreicht wird. Musik Ich messe gerade den pH-Wert. Musik Ich führe gerade eine bakteriosomische Probe durch. Musik Deshalb auch in Zeiten der Corona-Krise wird der René Schmenninghoff weiter ausgebildet. So, hier oben sehen wir jetzt nun den Hochbehälter. Hier sind 4000 Kubik gespeichert. Sie können sich entspannt zu Hause zurücklehnen und bleiben sie auch zu Hause. So, jetzt sind wir im Wasserschutzgebiet angelangt. Hier wird das Wassermanagement betrieben, dass wir die Grundwasserspiegel wieder ausgleichen können. Musik Hier in der Netzleitstelle in Rheine überwachen wir für Sie weiterhin den gesamten Energieplus in der Stadt und auch während der Bereitschaftszeiten von zu Hause. Musik Und damit immer alles gut funktioniert, haben wir natürlich unser Maskottchen Dumbo immer dabei. Ja, da sieht man mal, die stillen Helfer ohne uns würde es in dem Fall dann nicht gehen. Unser Dank gilt dem gesamten Stadtwerke-Team, das diese Situation flexibel und zuverlässig meistert. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Anfragen. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ihre Stadtwerke für Rheine Musik Rufen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gut auf uns geht. Rufen Sie gut auf sich auf. Rufen Sie gut auf sich auf. Untertitelung des ZDF, 2020